...tätige, dann macht es Sinn, einen Schleier von zusätzlichen Bezeichnungen in die Stadt zu legen. Ansonsten dringt es mir nicht, ich glaube auch, das ist ein Kommunismus. Wir müssen mühselig, und das ist mühselig, das sind feige Taten, die nachts irgendetwas passieren, wir müssen mühselig versuchen, den Täter auf die Spur zu kommen. Wie gesagt, bei den Menschen mit den Kinderwagen, das hat uns das gewohnt, das ist ja nicht einfach schön. Der Täter bei der Translöpfischen wäre natürlich das Beste und dazu braucht man mehr Konizei.